Sie sind hier, vergrößern, verkleinern, Sinan Kurt wechselt nach Österreich, Urheberrecht, Getty Image, Sinan Kurt wartet weiter auf den Durchbruch als Fußballprofi und verlässt Hertha BSC in Richtung Österreich. Dort ist wohl seine letzte Chance. Das frühere Supertalent Sinan Kurt verlässt Hertha BSC, wie der Klub am Freitag mitteilte, wechselt der 22-Jährige zum österreichischen Zweitligisten WSG Wattens. Kurt's Vertrag in der Hauptstadt lief ursprünglich noch bis Saisonende. Der Mittelfeldspieler war 2016 vom Rekordmeister Bayern München zu Hertha gekommen. Wattens ist sowas wie die letzte Chance für ihn, zurück in den Fokus der Bundesliga zu gelangen, sagte Kurt's neuer Trainer Thomas Silberberger. Tatsächlich hatte sich Kurt weder bei Bayern noch bei den Berlinern durchsetzen können. Punkt. In der laufenden Saison machte er für Herthas Profi-Team kein Spiel, insgesamt kam er überhaupt nur dreimal für Berlin in Pflicht spielen zum Einsatz. Punkt.